Das Luftschiff ist in dem Felder abgestürzt. Das Luftschiff ist in dem Felder abgestürzt. Wir brauchen mehr Feuerkraft, um durchzubrechen. Gleich neben dem Dorf ist eine große Militärbasis. Und Vorsicht, diesmal darf uns Steinmetz nicht entkommen. Wir müssen die Engpässe einnehmen. Hier, hier und hier. Keine Fehler mehr. Ich will es hinter mir haben. Soldati! Ihr habt es gehört. Baut eine Basis, sichert die Engpässe und bringt uns in die Burg. Um jeden Preis. Wusste gar nicht, dass Russwirt in diesem Teil von Polania gekämpft hat? Jeder hat geheimdeste Kolonial. Na los, geh rein! Wir haben ein neues Präzis. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Was gibt's Neues? Dann können wir dem Weg mal sagen, wenn wir eh hier unten sind. Hier ist eine Brücke, hier ist was eins nehmen. Ab nach vorne. Auf nach vorne. Wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Einheimen. Wir brauchen Fies, wenn der Teil gang ist. Schön, wie ihr es gerade aufgeploppt ist. So, und ihr nehmt das Ding hier ein. Während der Rest sich hier quasi... Ja, guck, wir können direkt die Mechfabrik bauen. Da ich nicht nenne dazu. Wir brauchen eine Handvoll Mechs. So, das wird eingenommen. Okay. Ich will gerade einen Trupp nach links zu schicken, aber ich möchte ihr gerade die Hauptdienste hier vor uns haben. Die können hier rüber gehen. Äh, Mist, okay. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Wenn ein bisschen mache ich natürlich massiv unschön. Ähm... Was gibt's? Da kann man noch solche machen, da kann man noch solche machen. Ich hoffe mal, sie werden uns nicht zu früh erkennen. Ja, hier geht's weiter, hier geht's ab nach vorne. Wir müssen so schnell wie möglich... Ich würde sagen, wir müssen so schnell wie möglich alle Vorräte klauen, die wir klauen können. Um so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Vielleicht noch ein paar Bunkeranlagen etc. pp. Ja, wir brauchen nur so ein bisschen was von allem momentan. Ja, der Bereich da drüben wäre echt noch interessant. Ah, ich weiß nicht, wo ich zuerst angreifen soll. Da weiß ich echt nicht, wo ich zuerst angreifen soll. Ähm, können wir denn 75? Ja, super. Immer unterwegs. Wartungstrupp hier. Zumindest irgendwas bauen könnte. Ah, hier, guck mal. Ihr kriegt einen Trupp und dann könnt ihr auf die Insel gehen, so gut ist. Ich gehe voran. Wolle ich gerade sagen, das ist aber ein primitiver Bunkel, ist ja gar kein Bunkel. Dass das Luftschiff überhaupt so weit gekommen ist. Ohne das polanische Mädchen hätten sie es nicht mal aus der Stadt geschafft. Polanisches Mädchen? So eine rothaarige Hexe. Hätte sie töten sollen, als ich die Gelegenheit hatte. Im nächsten Mal lang. Ja, denkt sich auch. Ne, ich bin mir, ich bin mir. So, aber ihr bekommt zum Beispiel mal gute Ressourcen. Ja, leider noch nicht so viel Öwig, gerne hätte, aber das kriegen wir auch noch hin. Pioniere hier. Furtrop meldet sich bereits zum Frontenplatz. Ah, Kaserne. Kurz bauen. Dann können wir nämlich euch schon mal hier rüber schicken, würde ich sagen. Ja. Was gibt's noch? Da sage ich nicht nein dazu. Na komm, putt, 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 putt. Vielleicht mit der Einnahme, wir brauchen mehr Ressourcen. Ich bin froh, dass mich meine Familie nicht zu sehen. Das glaube ich dir sofort, dass du phobisch, dass sich da so keiner sieht. Ja, so würde ich auch nicht gerne, weil das mich irgendjemand sieht. In diesem etwas, ja, des so der Arten Zustand, sagen wir es mal so rüber. Nimm die Engpässe ein. Das ist jetzt so quasi alles zu ist. Quasi, ja, mit Schrank und allem drum und dran. So, wie schaut's aus? Neut, fertig. Schade. Noch nicht ganz fertig. So, ab nach da drüben hin. Vielleicht haben wir Glück und sie finden uns erstmal ganze Zeit nicht. Das ist natürlich das Schönste überhaupt. Ab nach da drüben hin. Aber vielleicht gerade mal hier fertig immer noch nicht. So, angreifen hier rüber. Bei mir noch irgendwas gerade. Nein, dann angreifen, los. Suchen Sie da. Ich hab grad schnell irgendwas größtes gehört. Haben wir nicht irgendwo noch Flammenwerfer? Panzerkanonier. Panzerkanonier ist immer gut. Okay, angreifen, angreifen, angreifen. Das wäre mir zwei Brücken, aber links und rechts noch verteidigen, müssten theoretisch. Ah je. So, nimmst das Ding ein. Jetzt zieht euch zurück. Und ihr geht als Kampfverband über die Brücke drüber und holt mir diese Ressourcen. Das ist so quasi eure große Pflicht für den Moment. So, haben wir das klein genommen. Wunderbar. Da möchte ich nämlich hier Kampftruppen überall sehen. Los, mal kurz gucken. Ja, das sind nämlich auch die großen. Ob diese Festung. Zwei Klingeln, okay. Und das sind die Mercy-Truppen, die ich gerne hätte. Oh, oh, Hallöchen. Und grad sagen, mach die doch mal kurz fertig. Oh. Druck zwei. Dann zählt Druck zwei. So, wir schützen aus. Repariert, wunderbar. Dann stellt ihr euch mal hier hin und bleibt mal hier für den Moment. Das reicht vollkommen aus an der Stelle. Druck zwei. Ums Eck rum. Können wir hier reingehen? Wir können hier reingehen. Das heißt, du nimmst das ein. Du nimmst das ein. Der Rest verteidigt und gut ist. Hei, 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 sind das viele. Okay, du brittst dich jetzt mal die hier weg. Ich habe nicht ganz so viel gebaut, wie ich es gerne gehabt hätte, aber was soll's. Ich sage nicht nein zu der Aktion. 500 ist viel, aber es ist es wert, oder? Ja, es ist es wert. 500 ist es wert. Und wir haben zum Glück keinen einzelnen Geber bisher. Mit Betonung auf bisher. Er ist eingenommen, wunderbar. Auf. Auf zum Friedhof. Auch wenn es makar, aber es ist ja oft zum Friedhof. Oh, oh. Ich würde sagen, Deckung ist immer gut, Deckung ist immer gut. Hinstellen und danach wird gekämpft. Es gibt keine besseren als uns. Da kommt... Granate reinschmeißen, dann ist das gut. Habt ihr nicht gerade... Ihr habt ja keine Granate oder sonst irgendwas gehen. Nee, ihr habt nix gerade. Ihr werdet nicht gerade... Wollt ihr gerade sagen? Wo ist denn hier... Und hier noch ein bisserl fetzen? Ich glaube, ihr habt keine Chancen. Nee, ihr habt keine Chancen. Schade. Können wir euch noch ein bisschen Unterstützung geben? Und sonst fast gerade gar nix. Nee, wir haben zu wenig. Wir haben momentan noch zu wenig. Jep, da können wir gerade leider nichts machen. Da können wir leider gerade gar nix machen. So, angreifen. Komm, komm, komm. Das können wir machen. Und ich hätte gerne... Ja, komm, Flammenwerfer. Was sollst du denn Flammenwerfer, Mac? Zusammen mit dem hier. Die können das einnehmen. Das sollte im Bereich des Möglichen sein. Ja, die Eismähe tut einfach nur weh. Eismähe tut wirklich weh. Machen Sie Meldung. So, hier rüber. Wenn irgendwas ist, werden wir das nächste Mal früher sehen, hoffentlich. So, mitkommen. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Reparieren. Wunderbar. Und ihr hier... Geht wieder zurück. So schnell es geht. Ihr hier mitkommen, 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 mitkommen. Die Ölpummel muss eingenommen werden. Weil sie müsste es theoretisch ein Großteil von mir verbraucht haben. Zumindest in der Theorie würde ich mal behaupten. Kanoniere bereit. So, hier rüber stehen. Neue Befehle. Sind on the way, okay. Was gibt's neu? Das ist der Nächsten. Versucht's uns heute, ihr Bastard. Mehr, desto Menschen. Auf mein Grund, einer, nicht zu verabschieden. So, mach den kaputt. Mach den kaputt, Solle. Die Probe. Nix wird ja auf die Probe gestellt. Flammenwerferdruck. Los geht's. Auf der Suche. Haben wir noch ein bisschen was gerade? Nicht, ne. Einnehmen, 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 einnehmen. Ah, das tut einfach nur weh. Das tut weh. Kommt noch ein bisschen mehr. Spritzelst du nieder? Einmal noch pritzeln, kommt schon. Okay, den noch wegspritzeln. Wir schützen hier aus. Keine Chance, keine Chance, die überleben wird. Das überleben wir aber sowas. Oh Gott, von hinten. Ja, es ist mir jetzt wichtig. Wir brauchen definitiv da vorne nochmal einen... ...einen Pionier. So, ab nach da vorne. Ab da rüber. Du nimmst das hier ein gutes Spiel. Okay, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Oh, hallöchen, aber auch. Mit dem... ...allemal abschießen. Macht sie nieder. Ei, 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 ei. Sind wir noch... ...bewiegend? Wie dies schaffen, so viele Leute hier quasi... ...so viele Leute mobilisieren zu können. Und die Schwankheit momentan mit einfach allem. Okay, zurück, zurück, zurück. Rück, zurück, zurück. Was zum Geil... Was bestudeln? Was soll das sagen? Mit einnehmen. Okay, ihr zwei zurückziehen. Ihr nehmt das Zeug mit und haut auch ab. Ja, das tun wir wirklich. Das tun wir wirklich für den Moment. Ähm... Gucken wir, wenn ich hier Kanonen oder irgendwas bauen. Wir müssen ja... ...jep, der nächst Bessere... ...der nächst Bessere wird hier gebaut. So, du wirst repariert und dann wird unser Kollege repariert. Und mit Verstärkung... ...mit viel Verstärkung werden wir das Ding hier wieder zurück einnehmen. Euch geht's gut, hoffentlich. Theoretisch ja, theoretisch ja. Wir haben... Super. Danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Okay, der wird zumindest schon mal repariert. Das ist schon mal etwas. Da sind auf jeden Fall dann auch ein paar Minen und etwa hier andere Probleme, die auf uns zukommen. Oh ja, du bist gut. Du bist mir jetzt gut. Einen Reparatur-Trupp haben wir auch schon da. Das ist für euch noch etwas Heftigeres. Das ist ein Hinweis dazu. Alles gut, alles gut, alles gut. Das muss repariert werden. Dieses Veteran geht übrigens die ganze Zeit. Das ist ein bisschen nerviger Natur. So. Das sind alle Freunde. Das bezeichne ich gerade ganz stark. 490, ihr braucht ein bisschen. Das heißt, hier angreifen. Hier angreifen. Hochtouren und wir nach oben gehen. So, damit sollte man das gesichert haben. Der Posten ist hier auch gesichert mit zwei Helden. Und weil ganz ehrlich, ich glaube... Ja, komm, was soll's. Du kommst schon mit runter. Wir brauchen mehr Feuerkraft da hinten. Definitiv. Der ist zwar gut, aber... Er ist nicht so gut. Dass er alleine quasi alles aufhalten könnte. Und so was wäre natürlich auch gut. So, jetzt angreifen. Und es wäre gut, nochmal so ein Zahn, beziehungsweise den von 190. Ja, okay. Ja, komm, den können wir auch noch mitnehmen. Den können wir auch noch mitnehmen. Dann sagt mir nämlich, dass ihr Kampfverband Nummer eins jetzt werdet. Oh, oh, nicht mit mir. Nicht mit mir, Kollege. Du hast es und du hast es hier. Wir sehen die Stelle. Ich wollte gerade sagen... Hallo, nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich glaube, ich bin hier. Ähm, verbrechende... Lammwehrvertrubbauen. Lammwehrvertrubbauen, so. Team 1, ab nach da vorne. Wir wissen ja quasi, dass da vorne die Gegner sind. Der Feind hat unsere Pumpe eingenommen. Nicht für lange gut ist es, nicht für lange. Ich muss einfach nur jede Menge Feuer herbringen. Je mehr Feuer, umso glücklicher. So, Feuer frei, komm schon. Und ihr könnt ja quasi dann die abfackeln. Und ihr seid immer noch nicht vorne, okay. Ab nach da vorne, passt schon, passt schon. Ein neuer Auftrag. Ja, an dem würde ich gerne was bauen lassen, aber... Das bringt ja gerade echt nichts. Du kannst das hier wegnehmen. Ich muss nur nicht ich. Wie ist das vorbei? Lass damit. Ja, die hauen jetzt ab. Die hauen sowas von ab. Sie sind nicht allein. Okay, das Haus gehört denen. Lassen Sie mich halten. Angreifen. Alle angreifen. So, du, den hier anstürmen. Und euch möchte ich jetzt nicht unbedingt verlieren. Also wenn ich den top nicht verlieren möchte, das zieht ihr euch mal zurück. Das soll nämlich mehr als ausreichend sein. So quasi als Karpverband. Unsere Einheiten ist ein Rang aufgestiegen. Hm? Ab. Wir haben ausreichend Brennstoffe. Ah, okay, okay. Schon gesehen, schon gesehen. Hier in der. Die sollen ruhig fliehen. Die sollen sich ruhig verpissen. So, wie schaut's hier aus? Was liegt diesmal ab? Alles klar. Das sieht doch wesentlich schön aus. Hier schon mal. So, die drei Punkte gehören uns. Wir haben hier was. Wir haben hier was. Und du, mein Freund, kommst mit hier hinten ins Eck rum. Schmeißen wir die Brenner an. Passt. Genug Truppen. So, leh. Brauchen wir die große Gagophonie? Das wäre natürlich was. Aber ich hätte gern den für 190 eher. Dass wir ein bisschen mehr Schlagkraft haben. Das wäre nämlich nicht schlecht 190. Oh, du kommst zurück. Du kommst zurück und nimmst das hier ein. Ihr nehmt das hier schon schön ein. Das bringt schon mal was. Und ihr hoffentlich. Wir haben es zurück, Korn, Dribbiata. So, zurück, zurück, zurück reparieren. Übom ist eingenommen. So, haben wir wieder einen gewissen Vorteil uns erarbeitet. Wartungstrupp hier. Den wollten wir. Das war eine mobile Festung, gell? Schwere Panzer 1.500. Das wäre natürlich auch was. Aber ich möchte den hier haben. Ich möchte Panzer durchschlagen, die Munition hier haben. Ich höre. Nagan ist auf dem Weg. So, Lef. Wir können loslegen. Verfolgen wir hier irgendeinen Plan? Nein, verfolgen wir nicht. Wir verschwenden nur Zeit. Aho, wir können das sogar ab... Okay, wir können die kleinen Sachen aufwerten, dann werden wir es auch machen. Finde ich gut mit da vorne. Dann wird das nämlich hier unser Angriffstrupp, der uns anwirkst zu werden. Macht nichts. Muss ja auch nicht so sein. Ja, stelle ich mir hier hin. Ihr könnt doch mal bestimmt sagen, hey. Hier. So, haben wir nämlich ein Geist-Eck gebaut. Dann könnt ihr da wegschießen und dann ist das Eis in Ordnung soweit. So, ihr seid auch mit Reparieren dran. Ja. Wie machen wir es am klügsten? Nach links rum müsste man eigentlich gehen, oder? Ja. So, Gebäudeabgleich ist abgestattet, ist schon mal gut. Ist schon mal sehr gut. Weiter angreifen, weiter upgraden. So bekommt man nämlich dann so gutes Zeug. Äh, wenn die fliehen, dann müssen wir da angreifen. Und ihn brauchen wir natürlich auch noch ganz, ganz dringend. Die Pumpe. Oh, okay. Da könnte es ein paar Probleme geben. Da könnte es ein paar Probleme geben. Ihr hier. Weiter aufbauen. Und ab nach da hinten. Ich glaube, das ist zu wenig. Das dürfte ein bisschen zu wenig sein. Granate hinterher. Hier hinterher. Haben wir noch gerade irgendjemanden da? Ne, wir haben gar nichts mehr. Ich könnte nochmal ein paar Panzerbrechende bauen, aber bis die da sind, das wird ein bisschen lange dauern. Einer unserer Max wurde zerstört. Gebäude wird angegriffen. Hier ab nach da hinten. Ich weiß, dass Gebäude angegriffen wird. Abdampfen, 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 abdampfen. Vielleicht hat er noch genug Zeit, darüber zu kommen. Das wäre nämlich noch echt wunderbar. Greift, angreift, 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 angreift. So gut wie es geht, angreifen. So, hier rüber hin. Ich würde sagen, könnt ihr das Ding nicht irgendwie reparieren oder so? So. Ich würde sagen, jetzt soll es eigentlich besser laufen. Ja, bis du F2 ist besser. Jetzt du F2 ist nicht besser. So. Auch nach vorne. Du kannst es hier angreifen. Weil wenn die denken, sie müssen uns angreifen, können wir auch gleichzeitig sie angreifen. So. Lef. Geschnetzelt ist so gut wie alles. Ja. Ich bringe auf ihn drauf. Ich bringe auf ihn sowas von drauf. Sollen wir nochmal ein paar bauen? Wenn nochmal Flammenwerfer tut, wäre nicht schlecht. So, reißen Sie nieder, reißen Sie nieder. Ihr kommt jetzt hinterher, so quasi. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Er greift hier noch ein bisschen mit an. Und dann ist der Bereich auch mehr als abgesichert. Noch einen Flammenwerfer-Trupp hinterher schicken. Einfach nur, weil es gut ausschaut danach. So. Was ist das hier? Dänische Infanterie unterdrücken. Wir lieben die eine. Wunderbar. Okay, ab nach vorne, ab nach vorne, ab nach vorne. Ihr greift jetzt den Brünti an. Ihr greift den Brünti an. Und ihr stellt euch alle hier rein. Wunderbar. Ich würde sagen, hey. Greift doch den noch ein bisschen hier an. Warum denn nicht? Mobile Festungbaum ist auch zur Gaudi-Markt. Abgreifen. Brünti ist auch schon mal mit dabei. Ich würde sagen, rasselt sie voll zu nieder. Ich glaube, ich spinne. Wir reichen klingen nicht aus. So. Angreifen. Angreifen. Um das Eck rumlaufen. Du, Rapper. Wir stehen hier noch ein bisschen. Und mein guter der Kräft auch noch ein bisschen an. Ich meine, noch haben wir ja genug. Noch haben wir ja genug. Okay. So. Wir nehmen. Das ganze Ding ist jetzt schon etwas kaputzig. Gerade wir betrachten auf etwas. Oh ja. Oh ja. Wir haben unsere Festung. Wir haben unsere Festung. Fürs Erste. So. Du. Einnehmen. Komplett einnehmen und bunkern an der Stelle. Oh. Titan. Komm mal mit. Titan. Du kommst hier mit. Du kommst sowas von mit her an der Stelle. Ähm. Reparieren. Wir können alles kaputt hier. Halte diese Position, damit Steine ziehe nicht aus dem Tal auskommt. Wir brauchen hier Hilfe. Schups. Alle Werfer sind hier, wenn ihr da seid. Feinde gesichert. Muss was zerstört werden? Okay. Ihr werdet euch zurückziehen. So. Pin stellen. Hier reparieren. Und vielleicht können wir sogar das eine oder andere hier quasi mitnehmen. Gerade die Pumpe da oben wäre noch interessant. Die Pumpe wäre echt noch interessant. Ab nach vorne. Schwierigkeiten. Ab nach vorne. Ich glaube, da haben wir nichts. Nichts haben wir nichts. Das können wir vor uns einnehmen. Das gehört uns. Hier Feindbeschuss. Wir haben hier Feindbeschuss. Aber der macht uns nicht so viel aus. Stell ich gerade fest. Was jetzt? Weitere Meckjäger. Ich habe weitere Meckjäger. Die können wir gut gebrauchen. Hier. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hier? Nein. Dort. Eventuell. Eventuell ja. Die Bastarde schießen. Keine 10 Pferde. Was jetzt? Davon abhalten. So. Sogar Sand ist gemeinsam stark. Schau, dass es vorbei ist. Das stimmt. Sand ist gemeinsam stark. Unabab. So, du hau ich jetzt auch mal ab. Die Kumpf ist in unserer Hand. Ähm. Haben wir noch irgendwas übrig momentan? Ich habe der Gegner gesichtet. Nur ein paar kleinere Sachen. Okay. Die Festung gehört uns. So. Können wir denn sagen? Wahrscheinlich ja. Wenn wir hier oben weit angreifen. Das sollte doch gehen. Hat der hier einen höhen... Er hat einen höhen Status erreicht. Wunderbar. Dann können wir das nämlich so hinbauen. Und gut ist. Ich würde sagen, er wollte gegen den großen Klotz ankämpfen. Das bezweifle ich jetzt mal ganz stark. Das wird so nicht sein. Können wir denn? Ich würde gerade sagen, ab nach vorne. Ab nach vorne. Oh, guck mal. Ein kleiner Druck hier vorne. Weg mit ihm. Greift ihn an. Ich würde gerade sagen, du bist wohl in der Lage, ist ja alleine anzugreifen, oder? Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, guck mal. Das können wir hier instellen. Ihr bleibt hier hinten dran. Äh, ja, ja, Moment. Umlegen kann man gleich einiges. Äh, haben wir vielleicht noch die Möglichkeit, nochmal einzubauen? Nein, weil es echt gerade alles fehlt. Oje, ab nach vorne. Ich sehe schon, das schaut nicht gut für ihn aus. Vernichten sowieso. Statt vernichten. Ab nach vorne. Halt darüber, darüber, darüber. Okay. Was soll's? Aller Mann darüber. So, ihr greift das hier an. Und ihr greift auch die hier an. Dann sind wir nämlich hier auch mal gesichert. Oh, Hallöchen. Wollten die einen Seitenangriff wagen? Ich glaube, ja. Und haben direkt verkackt bei der ganzen Sache. Und das ist abgegradet. Können wir das noch upgraden? Ja. Wunderbar. Okay, angreifen. Wenn der Gegner denkt, er muss ja angreifen, dann machen wir doch auch gleich direkt mit. Schürzen aus. Wachbosch ist gebaut. Hier könnt ihr reingehen. 400, das ist ein bisschen viel noch. Für den Moment ist das noch ein bisschen viel. Ihr alle mitkommen. Also mal mitkommen nach da oben. Ich war gerade sagen, greift den Typen hier hinten an. Und dann ist alles wieder wesentlich schöner. Du bleibst. Ja, du warst auch da. Für die Autokanone wäre es nicht schlecht, wenn noch jemand da ist. Okay, wir gucken noch mal. Wollen wir jetzt sagen, kann der nicht feuern von hier aus? Ja, kann auch. Okay. Wollen wir jetzt sagen, jetzt haben wir hier schon fast Sorgen gemacht. Bittung auf fast natürlich, aber nur fast. Hier auch noch angreifen. Jetzt müssen wir doch 400 haben, oder? Ja, wir haben 400. Wir haben 400. Gehen wir mal da kurz weg. Du bist ja gerade ein kleines bisschen im Weg. Oh, oh. Da war gerade ein Paz. Da war ein Paz. Wunderbar. Wer ist unter Beschuss? Ihr seid unter Beschuss. Das können wir natürlich so nicht zulassen. Angreifen. Hupale. Angreifen. Angreifen. Na, einfach immer nur angreifen. Das passt dann schon. Das können wir dann noch ein bisschen abernten. Das können wir uns ansehen. 700. Hupu. 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 So, du kommst mit. Wir könnten hier noch mal den ein oder anderen Kollegen gut gebrauchen. Wo denn? Wo denn da hinten? Nicht lange. Nicht für lange. Ah, nehmen, okay. Schlachten ja nicht, deswegen geht es nicht. Schade. Schade, schade, schade. Können wir noch was bauen? Wie ein Veteranen-Status. Oh Mann. Wie ist es Veteranen starten? Pioniere hier. Unsere Befestigung ist bereit. So. Das sollten wir jetzt auch haben. Wir haben einen zweiten Fluchtweg blockiert. Fürs Erste. Keiner von denen wird hier auf. Nicht nur fürs Erste, glaubst du mir. Nicht nur fürs Erste. Ich muss offenbar den Sensenmann spielen. Ja, musst du. Musst du nicht. Und du wirst es lieben, glaubst du mir. Du wirst es lieben. So, weil jetzt dürfen es ja theoretisch eigentlich. Ich wollte gerade sagen, tu mal den hier bitte wegmachen. So, ein bisschen noch, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Ei, 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 ei. Okay. Eingenommen ist es. Aber wie gesagt, bauen kann immer noch nichts. Machen uns oft zerstört werden. Ah, Mann. Okay. Ich stelle mir die aber zumindest mal hier hin. Haben wir nochmal einen weiteren Jeb haben wir. Dann gehst du hier ums Eck rum und den Tisch von hinten angreifen. Wir bräuchten hier wirklich noch mal ein... Ah, da haben wir doch. Jetzt sage ich, ein Plan hier brauchen wir nochmal, um das Ganze hier noch quasi abzuschließen. Steuere das Ziel ab. Ich hake sie in zwei. Puh. Du sollst nicht... Ja, gut, egal. Hallo? Geht das vielleicht? Jetzt da, wunderbar. Das wollte ich doch die ganze Zeit haben, dass der hier mal ordentlich reinschlägt. So, haben wir noch ein paar übrig? Hier haben wir, okay. Wenn der Lein durch muss, dann muss er quasi auch mal schauen. Na, guck mal, wir haben sogar zwei da hinten. Das heißt, wir können den nach da hinten verfrachten. Und zwar erfolgreich nach da hinten verfrachten. So, du hier. Oh, 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 da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Das Gute ist, dass wir da zumindest noch richtig viele Truppen haben. Können wir vielleicht aufhören? Ich glaube, ich bin hier an der Stelle. So, ihr solltet eigentlich am Leben bleiben, sag ich mal so. Mit Beton auf eigentlich. So, zack, mit rüberkommen, reparieren. Und einnehmen wird leicht. Wird gleich gemacht. Die müssen wir noch wegschießen. Du machst die Mörsflugs kaputt. Jetzt zieht euch Zeug, jetzt zieht euch Zeug. Äh, hallo, hier vielleicht noch angreifen. Ich glaube, ich spinne. So, left. Und hier rüber gehen. So, ein Hauptpfeuert, das haben wir gleich noch kaputt. Ähm, wo ist denn du bis hier? So, einnehmen, wunderbar. Ah, Mist, ernsthaft? Uns scheint ja, uns sind ja. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ich hoffe mal, dass der andere Kollege auch gleich herkommt, weil unseren Helden bräuchten wir schon für die Aktion. Das wäre jetzt schon ein bisschen wichtiger, Natur. So, Leute, da, da, da. Du kannst mit dem hier reparieren. Du bist noch unterwegs. Das passt so weit, oder? Ja. Du bist sowas von fertig mit der Welt. So, dann hier rüber. Beziehungsweise du gehst hier rüber. Und du stellst dich hier rüber. Wie schaut es mit dir aus momentan? Ah, komm schon. Ich kann nicht wissen, was du für eine Kanone bist, aber wir verwenden dich jetzt mal. Okay, vergiss es. Das war eine gute Rakete. Das war eine verdammt gute Rakete. So, reparieren. Wen haben wir hier? Dich haben wir hier noch übrig. Puh, sollen wir dich zum Reparieren kurz hinzuschicken? Ja, komm, was soll's. Was soll's. Wir können gerade jeden Trupp vorne brauchen, den wir brauchen können. Wir haben das Ganze eingenommen. Wir haben Truppen überall. Das heißt, wir können theoretisch sagen, du kommst auch mit, während der große Wachposten nach dorthin mitgeht. Ja. Das ging nach einem Plan. Wie komme ich jetzt in die Festung rein? Von da oben? Okay. Wenn es von da oben funktioniert, dann geht es von da oben. Das heißt nämlich, dass wir sagen, wir können mit euch hier angreifen. Ab nach da hinten. Ah, Geschützt gegen Geschützt. Das ist natürlich praktisch. Die Schützt gegen Geschützt ist richtig praktisch. Haben wir hier noch was gehabt? Große Eisenmine. Hier große Eisenmine. Wir haben alles, was wir brauchen. So wie es ausschaut. Außen noch mal einen von denen hier. Da können wir nicht genug haben. Und vielleicht noch mal so einen. Und an die Front schicken hier hin. Du musst hier nicht unbedingt stehen. Er kommt mit. Und er kommt mit. Die zwei sollten ausreichend sein. Zusammen mit dem anderen Truppen. So, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Eins, wir haben nichts mehr da. Okay, du wärst hier. So, auf geht's. Ab nach oben. Ab nach oben. Dann du hier. Dann mal hier rumgehen. Können wir nämlich das Hauptquartier quasi einreißen. Hoch mitkommen, mitkommen, mitkommen. Du auch noch mitkommen. Du noch mitkommen. Ja, sie haben noch ein bisschen was übrig. Sie haben noch ein bisschen was übrig. Das ist jetzt zwar hier. Ja, die Front ist gleich da. Moment. Die Front ist gleich da. Reparieren. Und auf nach... Da oben, keine Ahnung. Irgendwohin, wo wir Schaden anrichten können. Was so quasi da vorne wahrscheinlich ist. Marquete schießen. Reinspringen. Einen kleinen Sound noch machen. Klö, klö, klö. Und einfach nur angreifen. Rein mit uns, rein mit uns, rein mit uns. Haben wir noch irgendjemanden gerade parat? Stimmt, du musst eigentlich auch mit in den Trupp rein. Junge, was machst du denn da hinten? Wir haben so viel, was wir töten können. Da bleibt keine mehr. Da, ich kann mal wegfritzeln. Oh, er möchte sich mit dem hier anlegen. Äh, nicht mit uns. Definitiv nicht mit uns. Und ich kriege langsam Hunger, merke ich gerade. Und quasi kriege ich langsam Hunger. Spezialen halt, haben wir nichts da. Haben wir noch ein bisschen was da angreifen und rein da. Ich wollte gerade sagen, rein da bitte. Angreifen. Trommel kann man ja auf das Ding hier drauf schießen. Und weiter rein, weiter rein, weiter rein. Hier noch angreifen. Hier noch angreifen. Und reparieren. Ja. Ich würde mal sagen, das sollte es quasi gewesen sein. Wenn die sich jetzt hier noch ein bisschen amüsieren, sollte es keine Probleme mehr geben. Ist ja dann am reparieren. Okay. Das ist problematisch, wenn du gerade auf der falschen Seite stehst. Hahaha. So, lass ihn mal vorbei. Lass ihn doch mal ganz kurz vorbei. Der will noch ein Level machen. Der will noch ein Level machen, komm her. Oh, wir werden angreifen. So, jetzt da. Nimm mir nicht die Kanonen auch. Und dann müssen wir eigentlich nur noch hier quasi reinlaufen. Aber... Der Gegner ist geliefert. So, angreifen. Einfach nur angreifen, das passt schon. So, einfach nur reinspringen, das ist schon nochmal so viel Schaden angerichtet, dass sich die Leute fragen, what the fuck soll es überhaupt? Na, komm, noch einmal. Noch einmal geschwind. Ja, ja, herrlich. So, beinahe geht's. Der Hof gehört uns. Wir haben alles abgesichert drumherum. Wir haben jetzt hier jetzt leider kein Bunker mehr hingebaut, aber ich glaube, das sollte auch so noch funktionieren. Auch ich kann sagen, guck mal. Rein mit euch. Ich höre. Halten. Beat halten. Zurückziehen. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, einfach nur hey. Halt mal rein. Du nimmst das ein, du nimmst das ein. Fertig. Ein neuer Auftrag. Sollte ich mir jetzt Sorgen machen? Ach, die können den kleinen Weg nicht runterlaufen. Okay, mach nix. Macht rein gar nix. Ich bin doch darum, Steinmetz, wenn du da drin bist, komm raus. Es ist der Posten da drüben, aber pfff. Das wird nix werden. Das wird sowas von nix werden, sag ich euch jetzt schon. Wo ist denn hier? Durch ein Kampfverband rumgeschickt. Ihr habt der ist. Ja, das ist der sonst unterwegs. Ich würde sagen, ihr kommt hier nicht weiter. Ihr kommt hier sowas von nicht weiter. Kurz weg, Sam, das passt schon. So, dankeschön fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Jürg, 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 Jürg. Alles, Jürg. Alles was wir haben, so schnell bin ich hier rüber laufen. Na komm. Feuer, 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 Feuer. Wir haben ihn. Guten Tag, Sie Herren. Pfff. Pfff. Guten Tag, Dion. Letzt mich höflich. Herr Steinmetz, wie schön, Sie endlich kennenzulernen. Sie sind nicht leicht zu finden. Nur für diejenigen, die mich nicht finden sollen. Faszinierend. Der Stolz-Ruswitz. Kennen Sie die Technologie? Sieht aus wie von Nikola, zusammengeschustert von ein paar Affen. Nun, wir sind lernwillig. Muss schrecklich sein da drin. Können Sie mich rausholen? Nein, Bedauere, ist von nach meiner Zeit. Wir wollen Zugang zu Teslas Fabrik und zu seinen Erfindungen. Sie haben das schon mal versucht, oder? Im Krieg von 1905 haben verloren. Mein Freund Tjata Dibowski hat bei den Kämpfen seine Frau verloren. Ist mit seinem Sohn und seiner Tochter weggegangen. Man sagt, sie haben ihn gefunden. Dibowski war nicht sehr kooperativ. Gut. Er war Ihr Kollege, Professor Dibowski? Ja, brillanter Mann. So will wir alle. Wir wollten die Welt verändern und dachten, mit den Automaschinen wird das ein Kinderspiel. Schluss mit Hunger, Schluss mit schwerer Arbeit. Endlich Zeit zum Leben, für Studium, für die Liebe. Aber na ja, sie haben unsere Maschinen für andere Zwecke benutzt. Sie geben Höhlenmenschen ein Gewehr und hoffen, dass alles gut geht? Ha, sie sind nicht so clever, wie sie alle denken. Also, wie kommen wir in die Fabrik rein? Ihr braucht einen Transponder, aber von mir bekommt ihr den nicht. Und selbst wenn ihr an den Sicherheitsanlagen von Nikola vorbeikämpft, würde er einfach das Icarus-Protokoll aktivieren. Und das ist? Der Grund, wieso ich weg bin. Oh, Priam jetzt. Sie geben mir jetzt den Transponder und zeigen mir, wie man ihn benutzt. Freiwillig oder nicht? Ah, ich bin kein Fan von Schmerzen. Und außerdem haben wir Nikola geschworen, dass ihr uns nicht lebend kriegt. Leben Sie wohl. Jetzt hast du mich zum zweiten Mal gerettet. Der Transponder! Vergiss es. Diese Reise ist nicht vorbei, mein Freund. Noch nicht. Der Narr wusste nichts davon. Bringt mir ein paar Techniker. Ich will diesen Transponder. Und wo steckt der gottverdammte Sanitäter? Im Feind einer Explosion! Das ist die Auszeit. Sehr vereint. Super! Die Auszeit. Das ist die Auszeit. Untertitelung des ZDF, 2020